Die haben ein Video von mir geteilt mit Gammellachs. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aufhören! Bitte aufhören! Nicht mehr teilen! Bitte teilen es nicht mehr! Bitte teilen dieses Video nicht! Das ist ungefähr genauso witzig, als wie ich bei geschlossenen Kloteckel die Spülung betätige. Du legst mich am Boden hin! Du legst mich am Boden! Das war die feiertägliche Autismusattacke. Bevor ich dieses Video veröffentliche, möchte ich es mir anschauen. Die haben ein Video von mir geteilt mit Gammellachs. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist doch... Was ist das? Was ist das? Das kann ich so nicht veröffentlichen! Bitte aufhören! Nicht mehr teilen! Bitte teilen es nicht mehr! Bitte teilen dieses Video nicht!